Geht ja alles relativ zügig. Oh, pass auf. Schmeißt das Ding doch... Ist klar. Wo ist er? Autsch, mein Kopf. Es ist eine Schraube! Kann ich mir schnell etwas einfallen lassen. Erstmal wimmeln. So, Friedenszeichen. Metall Etui. Eine Fotografie. Ein Goldzahn. Sandale und ein Pflock. Oh, pass auf, wo ist die Sandale? Pflock hab ich schonmal. Eine Klaue. Eine Ratte und eine Sandale. Ein Brief, ein Stein und ein Rohr. Hier ist ein Rohr. Hier ist ein Stein. Hier ist ein Brief. So, Fisch, Sandale und eine Ratte. Sandale. Und der Fisch. Was kriegen wir denn? Ein Rohr. Und die Triche. Kann man ja immer gebrauchen. Okay, das wollte er nicht. So, warte mal. Muss ich da klicken? Muss ich da klicken? Na? Na? So, dann nehmen wir den. Da war ein bisschen zu spät drin. Mit den letzten. Nein. Kein Problem. Können wir nochmal machen. Ach, haben wir schon wieder den letzten versaut? Ach, haben wir schon wieder den letzten versaut? Zack, zack. Ach komm schon. Zack, zack, zack. Der war drauf. Ich klicke jetzt dauerhaft. So, erledigt. Befreie dich aus der Falle. Ach. Ach. Es ist nur sein Kloak. Die wird vermutlich hier oben sehen. Ich muss handeln, während der harten Mann mit dem Teleskop beschäftigt ist. Detektiv McKenzie. Ich muss ihn retten. Die Fassung für die Leuchtturmlampe. Ich sollte sie schnell mit der Glühmbärde einsetzen. Mit diesem Hebel lässt sich das Licht einschalten, sobald die Glühbirne eingesetzt ist. Okay, eine Brechstange. Komm, wir wimmeln erst. Angelhaken, Goldbarren. Und eine Glühbirne. Und komm, wo ist der Angelhaken? Hier. Medaillon, Halskette und Bernstein. Halskette. Medaillon. Flasche, Zigarre und Lampe. Zigarre, Flasche, Lampe. Schild, Ruiden und Uhr. So. Erstmal aufbrechen. Eine Sicherung nehmen wir auch mit. Dann können wir das hier fertig machen. Vier. Und zack. Vier. Und zack. Madame Detective. Was für eine Überzeugung. Ich dachte nicht, dass ich Sie wiedersehen. Ich denke, nicht mehr. Bei mir nicht, nicht mehr. Jetzt muss ich die Lichthaus-Lampe aufnehmen. Meine Augen! Was hast du getan? Arrrgh! Nein! Komm schon, mach es! Deine mich aus dieser Lichthaus-Lampe! Der Harbormaster! Du bist der Bruder Isabelle, James! Ich habe dich kennenzulernen, als ich erst kam. Das ist noch nicht vorbei. Ich kann ihn nicht sehen. Er hat er übernommen? Wer bist du? Wer bist du? Alles klar. Wir können jetzt nach Hause gehen. Tagblatt. Detektivin löst Geheimnis um verschwindende Schiffe. Detektivin löst Fall. Sie untersucht das Geheimnis um die vermissten Schiffe und deren Crews. Jetzt, nach 40 Jahren, ist das Rätsel gelöst. Naja. Versteckter Schatz gefunden. Sehr schön. Ich war zu langsam. Tut mir leid. Glückwunsch, Frau Detektivin! Gestern fand eine offizielle Dankfeier zu Ehren der Frau Detektivin statt. Nun kommen die Familien der toten Seemänner endlich zur Ruhe. Bürgermeisterin Danua übergibt die hinterbliebenen beschlagnahmenden Schatz Detektivin von Port Providence GR. Bürger geschockt. Nach eingehender Suche der Abstattstelle keine Spur von James. Tja. Das war das kleine feine Let's Play. Allein im Dunkeln. Niemand an Bord. Ich glaube wir können noch ein zweites Wimmelbildspiel dranhängen. Ich bin mir noch nicht sicher. An der Stelle klinge ich mich mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Abspannen. Und wir sehen uns dann. Bei mir drittelt erst mal ein Echoes von bei Dominik. Untertitelung des ZDF, 2020